Deine Schatz, gut und dir? Du Stress mit Sohn haben, warum? Was hat er gemacht? Schlechte Note in Mathe bekommen, wer hier? Sechs! Sechs ist aber keine schlechte Note, Schatz. Natürlich nicht alles, was mit sechs anfangen ist gut. Sechs im Lotto, dann diese BMW X6. Warum schlechte Note? Schatzi, keine Erzählung. Bis 20 genug. Lesen kann er auch und fertig. Kaum lesen. Egal, Schatz, siehst du nicht, dass in Deutschland heutzutage am besten leben diese, die nicht lesen und schreiben können. Lass das Kind einfach in Ruhe. Haja, was willst du, dass ihr Schule machen und später oben im Bundestag sitzen mit diesen Leuten, die keine Ahnung haben. Wenn man denen drei Schafe geben, zwei verlieren. Lass das Kind einfach in Ruhe und fertig. Aus dem wird nichts. So hat auch meine Mutter immer zu mir gesagt. Aus dir wird nichts. Und guck mal, ich heute auf Baustelle eigene Schaufel haben. Dreimal Beinscheiben Vorfall bekommen. Deswegen lass, Junge, hast du gesehen, wie der aussehen. Wie ein Bär. Drei Döner essen. Zu Vorspeisen. Und du sagst, aus dem wird nichts. Der schafft mein Papa irgendwann mal hier bei Baustelle. Ich gleich eine Schaufel reservieren für ihn. Lass das Kind einfach in Ruhe. Das Kind einfach in Ruhe. Dann. Drei Döner.